Lorenzo Lamas als Johnny De Moe. Experiment. Ex-Buller. Ich bin Ihnen gern behilfet. Schwarzer Guttel in Aikio. Jetzt Kopfgeldjäger. Das ist der Anführer, Eric Gauss. Auf sein Konto gehen mindestens ein Dutzend Morde, inklusive der Ermordung eines unserer besten Männer im letzten Jahr. Er hat meinen Bruder umgebracht. Isabel, nein! Die Bastarde haben Paul und Isabel vor meinen Augen erschossen. Diesmal fiel der Jäger mehr als nur Kopfgeld. Das Letzte, was ich brauche, ist irgend so ein Karate-Korber, der sich nur einmischt, um Geld zu verdienen. Dieses Mal betrifft es ihn persönlich. Wir würden jetzt ein Spiel machen. Russisch Roulette. Du hältst dich, Russer. Supermann. Immerhin bin ich näher an Gauss dran als Sie, Boss. Hey, heute ist ein Glückstag. Lorenzo Lamas. Ich werde dich quälen, du Scheidkörner. Komm schon, Mann. Die Nacht ist noch lang. Du kannst dich. wolvesh,- bist du. Vers다ang bist du. Wer så möchtest du- midnight.